So, ich brauche den Adapter. Ich stelle den auf HS und dann ist im linken Handschuhfach der Anschluss. Jetzt muss ich die Schlüsselaufzündung Stufe 1 Und dann startet ihr die Software Wenn der Adapter erkannt wird, taucht er hier auf Was jetzt gefummelt ist, man muss jetzt hier den Twizy finden. Da gibt es zwei, da gibt es den und da gibt es noch den X9 Aber wo ist er? Da ist er gefunden So, dann das hier auswählen, da drauf und dann startet er den Ausleseprozess Da hat er ein bisschen Und jetzt können wir hier alles mögliche auslesen Auf Französisch Und jetzt können wir hier alles mögliche auslesen Und jetzt können wir hier alles mögliche auslesen Und jetzt können wir hier alles mögliche auslesen state of health 116 prozent das klingt auch gut ihr braucht allerdings auch so eine datenbank zu der software die ist ein bisschen schwer zu bekommen